moin moin leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video ich bin heute in eine sehr sehr schönes wald gekommen und das ist im solingen ich sollte eigentlich mit lukas fahren leider ist seit gestern sein schaltung gebrochen und ich habe mich so einfach geplant deswegen bin ich alleine gekommen wahrscheinlich treffe ich jemand aber ja jetzt go auf dem trails hier gibt es coole strecken okay let's go mit dem erste strecke ich denke war ziemlich short also perfect für warm-up let's go ja wie gesagt ist noch jemand da let's go so strecke number two so 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 let's find another one strecke number three Bin ich eigentlich nie hier gefahren und es ist einfach alles neu für mich. Was ist das hier? Okay, wo ist er? Hi! Oh, was ist das? Junge! Ja! Hallo! Oh, was kommt hier? Okay. Ist schön, aber... Ja. Ziemlich steil, nicht? Ja, aber trotzdem Respekt für die Probe, ist ziemlich steil. Oh! Ohohoho! Mann, wo bin ich gekommen? Mann! Bisschen besser raus. Okay. 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 Komm. hier war ich noch nie der trail ist weg der trail ist weg ja hallo da gibt es keine da ist nix aber da bestimmt ja da hinten geht er gleich weiter den hätten wir eigentlich auch weiter fahren können genau ist ja krass, einfach alles abgeholzt ja ja so let's go zum weiteren strecke mit basti und jarmila richtig jarmila richtig 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 ja 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 ich nehme rechts das das ist das ist das ist das ist das das ist das ist das ist das ist ist das ist das ist das ist das das ist 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 richtig steine ist das war gut ja ja maschine